Also, ein Token ist da, gib mir, den packen wir direkt schon mal rein. Und ihr seht es, ich hab 5 Player Picks, ready to go gemacht. 80 Plus-Dinger für eben das Primarily Team of the Season. Und ich würde sagen, bevor wir in den Content gehen und uns alles anschauen, Objectives, SBCs, machen wir jetzt erstmal Player Picks. Also, 3, 2, 1, let's go und pack like in die Kommentare, Freunde. Der erste Team of the Season ist da im Ersten! Oh mein Gott! Was ist hier denn los? Wie kann es denn besser laufen, Freunde? Ich mach einfach 5 Stück ready! Und wir kriegen direkt Bruno Fernandes! Oh mein Gott! Freunde, ich hatte kurzen Schockmoment. Portugal, Man United. Oh mein Gott. Ach du Alarm. Er hat nur 4 Sterne, 3 Sterne? Was ist da denn los? 99 Ausdauer. Jesus Maria. Nummer 1. Nehmen wir mit. Im ersten Player Pick. Oh mein Gott. Es hat sich jetzt schon gelohnt, die 5 Dinger fertig zu machen. Im zweiten. Ja, moin. Nehmen wir direkt mit. Team of the Week. 81er. Die werden wir brauchen auf jeden Fall. Im dritten. Ja. Sergio Busquets. 86er. Drei Stück hintereinander direkt gut. Ey, Freunde. Was ist hier denn bitte los? Morata nehmen wir mit. Und ich hatte ja in den roten For Champs Rewards, die ihr übrigens auch im Clips Channel einmal abchecken könnt, hatte ich schon Fred am Start. Ey, es ist ein Traum. Es ist ein Traum. Der fügt sich perfekt ein. Bruno Fernandes. Ich bin ein Traum. Vielen Dank.